Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es nochmal was Taktisches aus dem Hause Böker. Streng genommen Böker Plus. Und wie ihr den Titel entnehmen konntet, handelt es sich dabei um das Böker Plus. Jim Burke Hitman in Titan. Ich hatte in der Vergangenheit das große Vergnügen, sowohl das Hitman als auch den kleinen Bruder, das Hitman Stubby, schon in Händen halten zu können und ein bisschen damit rumspielen zu können. Und es waren beides wirklich, wirklich beeindruckende Messer. Ich habe eventuell die Chance, demnächst nochmal ein Vergleichsvideo machen zu können, wenn mir das Custom Hitman nochmal zur Verfügung gestellt wird. Darauf freue ich mich wirklich schon sehr, dann direkt mal schauen zu können, wo denn die Unterschiede im Detail liegen. und wie es dazu kommt, dass Böker dieses Messer mit diesem Design zu einem doch attraktiven Preis anbieten kann. Mein Messer ist ein Gebrauchtkauft aus dem Markt auf Facebook. Bin ich sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Das war ein extrem fairer Preis. DHL hat zwischendurch mal wieder ein bisschen geschludert. Das Paket lag dann erstmal irgendwo 48 Stunden unbeachtet rum. Ganz, ganz lieben Gruß raus an den Verkäufer. Der hat sich wirklich toll gekümmert, hat DHL sofort kontaktiert und da hieß es dann, das läge wohl einem Systemfehler. Das Messer sei in die, wie nennt man es immer, ins Startpaketzentrum transportiert worden. Es wäre nur nicht digital im System, in der Verfolgung, weil es sich um einen Systemfehler handelte. Ob man das glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe immer das Gefühl, dass es dann ein bisschen dazu dauert, um die Kunden zu vertrösten. Kurze Zeit später tauchte es dann in meiner Paketverfolgungs-App auf. Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du dich so toll gekümmert hast. Das Messer ist am Donnerstag oder Freitag, ich glaube Freitag, bei mir angekommen. Heute ist Sonntagabend, also jetzt ist Sonntagabend, heute ist Sonntag. Ich habe mir den ersten Eindruck verschaffen können und den würde ich ganz gerne direkt mal mit euch teilen. Ja, Standardverpackung, die habe ich mehr oder weniger nur ins Bild gelegt, damit mein Fokus was zum Fokussieren hat. Kennt ihr, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das Tool war nicht mehr dabei bei diesem Gebrauchtkauf. Nicht weiter tragisch, ich habe ein ganz gutes Torx-Werkzeug und von daher passt das schon. Also, Box beiseite, die kennen wir alle zur Genüge. Hier ist das Hitman. Ganz, ganz klassisches Jim-Berg-Design, hätte ich jetzt fast gesagt. Klassisches Hitman-Design, alles sehr viele, Winkel, sehr geometrisch in der Anmutung. Ganz flache Griffschalen, also wenig Kontur. Dadurch wirkt das Messer in der Hand tatsächlich etwas boxy. Aber wer jetzt denkt, das wäre negativ in diesem Fall, den muss ich enttäuschen. Die Handlage ist herausragend. Das Messer ist insgesamt 21,7 cm lang. Das heißt, es handelt sich dabei eher um ein großes Taschenmesser, um ein großes Klappmesser. Allerdings ist das immer so eine Definitionsfrage, in wessen Hand das Messer gerade ist. Ich finde, es wirkt nicht allzu groß in meiner. Ja, der Griff nahezu perfekt. Hier haben wir wieder meinen oft genutzter Satz. Kleiner hätte es nicht sein sollen oder dürfen. Dann hätte es für mich nicht mehr so gut gepasst. Ergonomie, dadurch, dass es so ist, wie es ist, wirklich ganz hervorragend. Wir haben eine Daumenrampe mit Jimping. Stahl ist übrigens VG10. Das Messer hat auch eine Seriennummer. In dem Fall ist das die 0481. Das Jimberg-Logo auf der anderen Seite Böker Plus. Habe ich nur das Gefühl, oder ist das tatsächlich etwas kleiner, als man es gewohnt ist? Stahl-Label nochmal unter dem Loch in der Klinge. Swatch-Grind, ein moderater Hohlschliff. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein Flach- oder ein Hohlschliff ist. Vom Gefühl würde ich jetzt fast sagen, ganz moderater Hohlschliff. Es könnte aber tatsächlich auch ein Flachschliff sein, der verhältnismäßig fein ausläuft für ein Serienmesser. Hier würde ich jetzt mal tippen, auf etwa 0,5 mm hinter der Phase. Werden wir selbstverständlich gleich überprüfen. Was mir unheimlich gut gefällt. Sehr, sehr schöne Grind-Lines. Alles sehr klar definiert. Sehr symmetrisch ausgeführt. Wunderbar. Beide Seiten identisch. Die Lines laufen wunderschön. Vorne ziemlich gut in der Spitze aus. Swatch verleiht der Klinge eine ziemliche Dynamik. Die Lichtbrechung ist natürlich dann immer ein bisschen unterschiedlich. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ihr habt gesehen, wir haben einen Full-Frame-Lock-Flipper. Die Klinge läuft, soweit ich das sagen kann, auf Kugellagern. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, das ist mir jetzt eher so ein erster Eindruck. Der Detent könnte etwas stärker sein. Das ist das einzige an diesem Messer, was ich ein klein wenig bemängeln möchte. Wenn man den richtigen Druckpunkt hat, ist die Action an diesem Messer traumhaft gut. Das erste Mal flippen ist dann direkt schief gegangen. Ich habe wie gerade auch gar nicht nach dem Druckpunkt gesucht. Ich habe einfach quasi durchgezogen und die Klinge ging nicht ganz auf. Das ist immer so ein kleiner Schreckmoment mit einem neuen Folder, wo man sich dann denkt, ach Mist, muss das denn jetzt sein? Und man tendiert schon dazu, alles zu verfluchen und den Kauf zu bereuen. Aber Messer wieder geschlossen, neu angesetzt. Und dieser relativ hohe Ton, dieses relativ hohe Klack, gibt diesem Messer so eine ganz bestimmte, ganz besondere Autorität. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, die Showside wunderbar plain gestaltet. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Gut, ich habe immer so das Gefühl, das Messer erinnert mich irgendwie an einen Raubfisch statt an irgendwas Militärisches. Aber das bleibt nun mal jedem selbst überlassen, wie da der subjektive Eindruck ist. Ich mag die Form mittlerweile sehr, sehr gerne. Am Anfang konnte ich mich noch nicht so ganz damit anfreunden, damals, als ich so die ersten Modelle vom Hitman und vom Stubby gesehen habe. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist zum einen dem extrem hohen Wiedererkennungswert geschuldet, zum anderen der Tatsache, dass hier die Ergonomie gegeben ist, obwohl der Griff vielleicht auf den ersten Blick etwas anderes vermuten lässt. Dadurch, dass er so flach und so boxy ist, alles in allem herausragend gut. Ihr seht schon, der Pocket Clip hebt sich dadurch, dass er hochglanzpoliert ist, etwas optisch ab vom Griff. Satiniert hätte mir wahrscheinlich ein klein bisschen besser gefallen. Aber den typischen Durchbruch in Form dieses, ja, ist es ein Schwert? Weiß ich gar nicht. Wie man das bei den Burke Custom Messern findet, haben wir hier auch. Der Clip ist umsetzbar auf Tip-Down-Carry, warum auch immer man Tip-Down-Carry tragen würde. Wir haben eine Scheibe eingesetzt als Over-Travel-Guard. Wir haben, soweit ich das sehen kann, kein Steel Insert, aber es sieht so aus, als wäre die Lockphase karbidisiert. Es ist absolut kein Stick. Wir haben keine Aussparung, die das Öffnen erleichtert. Allerdings ist die Frame-Seite mit kleinen Rillen, keinen kleinen Grooves versehen. Der Daumen packt hier ganz fantastisch und das Messer lässt sich wunderbar entriegeln. Das Jimping gibt mittlere Traktion, absolut ausreichend für das, was man im Alltag mit diesem Messer machen würde. Wer dieses Messer als taktisches Einsatzmesser benutzt, der wird wahrscheinlich Handschuhe tragen. Und ich bin mir sicher, da wird die Traktion noch mal höher sein. Angegeben ist dieses Messer mit 145 Gramm. Das ist für eine Vollstahlkonstruktion beziehungsweise eine Vollmetallkonstruktion. Das ist ja Titan- und Edelstahl. Ganz okay. Es ist nicht wirklich auf der leichten Seite. Es ist aber auch nicht übermäßig schwer. Kontrollieren wir mal eben, ob die Angabe aus dem Böker-Katalog stimmt. Trusty China-Wage. Wir haben jetzt 146,4 auf meiner Waage. Das ist so nah dran an der Werksangabe. Da wage ich nicht dran zu zweifeln. Ach, falls ich es noch nicht gezeigt habe. Open Pillar Construction. Zwei Stand-Offs, sehr schön gemacht. Klingenzentrierung ist nahezu spot on, würde ich sagen. Vielleicht Minimalst, vielleicht zwei Prozent nach rechts. Aber da muss man wirklich schon das Negative finden wollen. Ansonsten in der Ausführung ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Messer. Ich finde hier nichts, was in der technischen Umsetzung nicht stimmt. Wie gesagt, Kleinigkeit, dass einfach der Detent minimals stärker hätte sein können. Aber hat man sich einmal an die Art und Weise gewöhnt, wie dieses Messer zu öffnen ist. Wenn man so ein bisschen mit dem Druckpunkt spielt und weiß, in welchem Moment das quasi auslöst, dann macht das wirklich ganz herausragend viel Spaß. Tolles, tolles Messer. Klingenlänge habe ich noch gar nicht gesagt. Es sind 9,2 Zentimeter. Bei 21,7 Zentimeter Gesamtlänge. Ihr seht schon, wir haben eine Schleifkerbe. Aber der Griff geht ein ganz klein bisschen über die Schleifkerbe hinaus. Dadurch kannst du davon ausgehen, hast du auch 9 Zentimeter scharf. So, wie scharf, wollen wir uns jetzt auch noch angucken. Also die Stärke hinter der Phase. Erstmal Klingenstärke. 3,8 sind angegeben. Knapp 3,9 gemessen. Das passt soweit. Und wie gesagt, ich habe vermutet, es müssten ungefähr 0,5 sein hinter der Phase. Wieder mittig gemessen. Und wir kommen auf 0,51, 0,51, 0,52. Damit bin ich wirklich, wirklich, ja 0,50 Punktlandung. Ich habe nicht vorher gemessen. Ich verspreche, ich habe nicht vorher gemessen. Ich habe nur mittlerweile tatsächlich so ein leichtes Gefühl dafür gekriegt, was tatsächlich Sache ist. Oder wie man so schön neudeutsch sagt, was tatsächlich Phase ist. Das Jimberg Hitman von Böker Plus. Listenpreis sind 189,95 Euro. Also 190 Euro. Für das gebotene ein fairer Preis. Es ist nicht übermäßig günstig, dass man sofort sagen müsste, das muss ich haben, das muss in meine Sammlung. Zu dem Preis kriegst du nie wieder. Das ist also auch Quatsch. Allerdings habe ich das Gefühl, dieses Messer führt so ein ganz klein bisschen ein Schattendasein. Ja, Schattendasein. Ich habe nach Videos gesucht. Die meisten Videos waren über ein Jahr alt. Das waren dann GP Knives und Co., die das Ding dann mal vorgestellt haben, als es vermutlich gerade recht neu am Markt war. User Videos gibt es wirklich extrem, extrem wenige. Und das finde ich ein bisschen schade, denn das Design ist wirklich einzigartig. Die Ausführung ist hervorragend. Das ist ein tolles, eigenständiges, hochqualitativ verarbeitetes Taschenmesser. Klar, das unterliegt dem Führverbot nach § 42a. Aber ganz ehrlich, die Leute, die tolle Designs suchen und vielleicht nicht in der Lage sind, 600, 700 Euro für ein Custom auszugeben, vielleicht auch 500, wenn man mal Glück hat, für die ist das wirklich eine tolle, tolle Option. Ich habe jetzt auf dem Gebrauchtmarkt für ein Messer, das wirklich in einem sammelwürdigen Zustand ist, deutlich, deutlich unter Neupreis bezahlt. Da kannst du also sagen, dass der inklusive Versand gerade mal auf zwei Drittel vom Neupreis gekommen ist. Und ja, wenn man das Messer, 190 ist der Neupreis. Ich sage mal, wenn du es unter 150, vielleicht für 140, 135 Euro im Markt angeboten bekommst und dich mit dem Design anfreunden kannst, dann würde ich fast blind zuschlagen. Denn ja, das ist wirklich ein cooles, cooles Teil. VG10 ist sicherlich nicht mein Lieblingsstahl. Ich habe so hin und wieder gedanklich meine Schwierigkeiten mit dem Zeug gehabt. Ich halte den irgendwie noch nicht mal für einen wirklichen Mittelklasse-Stahl. Der kratzt vielleicht so gerade mal an der unteren Mittelklasse. Aber ich denke mal, für den Alltag dürfte das überhaupt kein Problem sein. Auf der anderen Seite liebe ich nämlich zum Beispiel den 12C27 oder den 14C28N. Die sind sicherlich qualitativ nicht wirklich dem VG10 überlegen. Und mit denen habe ich so kein Problem. Also von daher ist das bei mir mehr so eine Kopfsache. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, für fast 200 Euro darf es auch ein bisschen mehr sein. Vielleicht irgendwas aus dem Hause Böhler. Ich weiß es nicht. Sei einfach mal dahingestellt. Das ist jetzt wieder nörgeln auf hohem Niveau. Im Endeffekt ist der VG10 wahrscheinlich eine prima Wahl für ein Messer dieser Kategorie und dieser Preisklasse. Es wird sich irgendjemand was dabei gedacht haben, wenn ich an so ein taktisches Messer den VG10 dran baue. Also das wird schon irgendwie Sinn ergeben. Von daher ist das einfach nur wahrscheinlich mein kleines Vorurteil im Kopf. Ja, das soll es aber zum Hitman gewesen sein. Sollte sich im Laufe der kommenden Wochen und Monate irgendwas dramatisch an meiner Meinung ändern, dann sollte mich dieses Messer im Stich lassen, kaputt gehen oder auf andere Weise herausragen, positiv wie negativ, dann wird es zu diesem Video sicherlich ein Update-Video geben. Meine ersten Eindrücke habe ich euch geschildert. Ich bin wirklich begeistert von dem Teil und sage ganz ehrlich, wer noch eins kriegt und das zu einem vernünftigen, fairen Preis, der sollte unbedingt zuschlagen, sollte ihm das Design gefallen. An diesem Teil sollte man meiner Meinung nach nicht vorbeilaufen, ohne nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Es ist wirklich cool. Gut, fast 15 Minuten länger als ich geplant habe, aber das kennen wir ja schon. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.